Hallo Leute, ich bin's, der Kaizo und heute mal wieder ein ganz kleines, lustiges Let's Play von mir. Wir spielen auf der Original-Konsole, dem C64, so ein kleines handiges Gerät mit Joystick, von A bis G, Knöpfe und Reset mit L und R. Spielen wir ein paar Spiele, die mein Vater wahrscheinlich noch gespielt hat, als es beginnt mit Allicat. Press Fire to Play. Ich hab keine Ahnung, was die damit meinen, aber... Okay. Ja, das sind noch die ganz alten Spiele, die mein Vater noch gespielt hat. Oh. Oh ja, das ist gar... Oh. Ich darf nicht in diesen hässlichen Zeilen fliegen und ich muss die Teile hier ab... Oh, ich kann doch abschießen. Wenn ich ehrlich bin, ich hab kein... Wow. Ich bin jetzt low health. Oh, ich bin abgestürzt. Scheißegal. Oh. Können wir schon die anderen wählen? Okay. Okay, das sieht schon mal einfacher für mich aus. Ich weiß nicht, was das ist, also ich spiele einfach mal ein bisschen durch hier. Okay. Ich weiß nicht, was das ist, also ich spiele einfach mal ein bisschen durch hier. Äh, wow. Äh, wow. Es fordert sehr viel Konzentration gerade. Äh, wow. Der andere Filter hier rumlegen wahrscheinlich. Ich weiß nicht. Oh, ja. Ich hab ein zerstört, wie geil. Ich weiß nicht, was das gerade für ein Rollschrauber... Es kommt nur gerade an der rechten Ohr ab. Ah. Da ist das Spiel cool. Und jetzt werden wir 15 Minuten lang dieses eine Spiel spielen. So, zerstör, bitch. Äh. Oh, das tut echt in der Augen wie langsam. Oh, ja. Das ist wie ideal, Jo. Nein. Ich weiß nicht, dass ich das nicht sag. Ich sag doch irgendwann scheiterisch. ähm, drücken wir mal ganz kurz Reset-Knopf ja, nur Signal, weiter so, das ist jetzt die Commodore 64 Basic Version 2 das ist die 64K-RAM-System, bla 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 jetzt habe ich hier die ganzen Spiele, die ich anwählen kann wir spielen an jedem Teil zwei Spiele und am letzten Eliminator oh mein Gott ja scheiß drauf ach du scheiße dann wir uns mal ok beste Steuerung gerade ey, komm einfach Random-Namen ok Leute, ich habe keine Ahnung wie das Spiel geht oder was das Spiel ist was ist das denn für ein Scheiß so fliege ich auf die Fresse, aber warum geil ach, bewegen muss ich mich auch noch ach du scheiße ach du scheiße ach, alter ach, alter beste Mehrfunter ach, das ist schlecht ach, das ist schlecht ach, das ist schlecht ach, ich habe eine Möwe getötet ach, wenn ich jetzt zwei hätte, könnte ich wahrscheinlich auch mit irgendjemand anders spielen ach, schon wieder Möwe ach, ich habe eine Möwe ach, ich habe eine Möwe ok yeah surfing ach du meine Fresse oh ich bin tot hilf mir nein Kawasaki Pro AM totale Niete Skating oh mein Gott bin ich schnell ja geil hallo ne 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 ojo ah jetzt habe ich Aua ha 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 auf die Fresse Euro Jürgen Generation dürfte das eigentlich gar nicht mehr kennen Natürlich auch noch zählen, aber irgendwann hat mein Vater das mal rausgekramt Ja, guck mal Geickel Oh, voll ins Grüne Oh Heiliger Scheiße BMX, ich habe immer noch keine Ahnung Ich muss jetzt wahrscheinlich Button smashen Ah Praktisch bloß wie ich springe Oh Hitting live Flying Disc Hä Ich kapier das spür einfach nicht, das ist Mir zu Ah Ja, okay, dann würde ich sagen Danke fürs Busehen für den ersten Part von Let's Play C64 Konsole Ich bedanke mich fürs Busehen nochmals Und Ciao 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 Ciao